Allzu oft haben Einbrecher ein leichtes Spiel. Die Unionsfraktion hat deshalb durchgesetzt, dass Sicherungsmaßnahmen der Bürger mit 30 Millionen Euro gefördert werden. Statistisch findet alle dreieinhalb Minuten in Deutschland ein Einbruch in ein Haus oder in eine Wohnung statt. Das ist die negative Botschaft. Die positive Botschaft ist die, dass immerhin 40 Prozent aller Einbruchsdiebstähle im Versuchsstadium stecken bleiben, weil die Täter entweder erwischt werden oder weil sie die Befürchtung haben, dass sie erwischt werden. Und einbruchshemmende Maßnahmen, sowohl elektrische als auch mechanische Sicherungsmittel, sind hier ein sehr wirksames Instrument, um Täter auch davon abzuhalten, weiter zu versuchen in die Wohnung oder in das Haus einzusteigen. Mieter und Immobilienbesitzer können die staatlichen Zuschüsse bei der KfW-Bank beantragen. Bezuschust werden 10 Prozent der Investitionssumme ab einer Investition von 2.000 Euro bis maximal 15.000 Euro. Hierzu haben uns viele Fragen und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern erreicht. Monika Weimar zum Beispiel fordert mehr Polizisten in den Straßen. Natürlich ist das vollkommen richtig. Der Staat ist gefordert, indem er insbesondere durch eine erhöhte Polizeipräsenz das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger stärkt und auch ganz konkret in den Gemeinden, in den Kommunen mit dazu beiträgt, dass Täter allein schon durch eine starke Polizeipräsenz in den Straßen an den öffentlichen Plätzen davor abgehalten werden, in Häuser oder in Wohnungen einzubrechen. Wir als Bund gehen hier auch vorbildlich voran, indem wir für das kommende Jahr 1.000 zusätzliche Stellen bei der Bundespolizei geschaffen haben. Und nicht nur für das kommende Jahr, sondern auch für die beiden darauffolgenden Jahre werden jeweils 1.000 zusätzliche Stellen bei der Bundespolizei geschaffen. Das ist uns als CDU CSU ein wichtiges Anliegen. Aber nicht nur der Staat ist gefordert, auch jeder einzelne Mieter und auch Eigentümer eines Hauses oder einer Wohnung kann durch eine bessere Sicherung seiner eigenen vier Wände mit dazu beitragen, es vermeintlichen Einbrechern schwerer zu machen, in das eigene Haus einzusteigen. Zudem setzt sich die Unionsfraktion dafür ein, Einbrecher künftig härter zu bestrafen, sodass für Einbruchdiebstahl generell eine Mindeststrafe von sechs Monaten gilt. Einige unserer Facebook-Nutzer äußerten auch Ängste bezüglich der aktuellen Flüchtlingssituation und befürchteten gar einen Zusammenhang mit den vielen Einbrüchen in Deutschland. Ich halte es für vollkommen verfehlt, die Flüchtlingskrise und den Zustrom von Hunderttausenden von Flüchtlingen in Bezug zu setzen zu der deutlichen Zunahme der Wohnungseinbruchdiebstähle. Wir hatten diese Zunahme schon in den letzten Jahren zu verzeichnen, noch zu einer Zeit, als beileibe nicht so viele Flüchtlinge zu uns kamen wie derzeit. Und auch die bisherigen Erkenntnisse, was die Täter anbelangt, lässt ganz klar die Schlussfolgerung zu, dass Flüchtlinge beileibe nicht überproportional unter den Tätern bei Wohnungseinbruchdiebstählen sind. Es wäre wirklich falsch und sogar aus meiner Sicht auch menschenverachtend, wenn man die Flüchtlinge hier unter Generalverdacht stellen würde. Diese Behauptung trifft beileibe nicht zu. Andere User wollen wissen, ob die Bevölkerung künftig mit noch mehr Einbrüchen rechnen muss. Ich bin der festen Überzeugung, mit einem richtigen Instrumentenkoffer, der daraus besteht, dass wir einerseits mehr Stellen bei der Polizei schaffen, andererseits das Strafrecht auch an der einen oder anderen Stelle nachschärfen und auch jetzt mit diesem Programm bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von 30 Millionen Euro, es auch jedem Eigentümer und auch Mieter einer Wohnung und eines Hauses ermöglichen, selbst mit dazu beizutragen, seine eigenen vier Wände zu sichern, wird es gelingen, den Anstieg der Wohnungseinbruchstiefstelle zu stoppen und die Zahl auch wieder zurückzuführen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Winter